Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Auf YouTube gibt es aktuell oder eigentlich schon seit mehreren Wochen, wenn nicht sogar Monaten, ein Problem mit einer Spam-Methode, die ich euch einfach mal zeigen möchte und wie ihr dagegen vorgehen könnt. Die Spam-Methode bezeichne ich einfach mal als pornografische Spam-Methode und diese wird wahrscheinlich schon in ein oder anderen von euch aufgefallen sein. Wir schauen hierzu einfach mal auf meinen Monitor. Ich werde allerdings die Bilder unkenntlich machen, sowie auch die URLs dieser Kanäle. Um uns das Problem hier näher anzuschauen, schauen wir einfach mal in einige meiner neuen Videos. Wir sehen hier ein Video und wir sehen hier Kommentare. Und wir sehen, dass die Kommentare eigentlich hier fortlaufend gepostet werden und immer eigentlich Standardsätze enthalten. Diese Sätze werden teilweise aus anderen Kommentaren herausgenommen und dann einfach kopiert und dort eingefügt, sodass der Spam-Mechanismus von YouTube diese Kommentare nicht erkennen kann oder die Anwender haben sich diverse Kommentare angewöhnt, die gut funktionieren. Hier zum Beispiel, ich liebe deine Videos oder wir schauen einfach mal hier unter diesen Short. Hier seht ihr auch zwei Beispiel-Kommentare. Was besonders auffällt, sind entweder die Namen oder hier vorne diese Icons, diese Kanalbilder. Ich habe sie jetzt hier einfach mal unkenntlich gemacht. Diese Bilder bestehen aus ziemlich anzüglichen Bildern. Diese Bilder sind gerade noch so, dass sie eventuell noch durchgehen würden bei YouTube, sind aber doch schon recht anzüglich. Das sollen nun meine Zuschauer unter den Videos, die auch kommentieren und diese Kommentare sehen, animieren auf diese Bilder zu klicken und zu den dementsprechenden Kanälen zu kommen. Ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn man hier so einen Kanal öffnet. Man klickt drauf und man sieht, die ganze Geschichte wird sehr bunt. Ich habe jetzt auch wieder das Wesentliche hier ausgeblendet. Hier hat man doch schon äußerst anzügliche Kanalbanner und Kanalbilder. Und in diesen Bildern befindet sich Text mit diversen Internetadressen. Auch diese habe ich hier mal unkenntlich gemacht, denn hier sollt ihr unbedingt zu diesen Internetadressen umgeleitet werden. Die Internetadresse findet ihr auch hier unten nochmal in der Kanalbeschreibung. Hier könnte man jetzt direkt draufklicken und zu dieser anzüglichen Seite kommen. Diese anzügliche Seite hat folgende Bewandtnis. Man möchte euch auf dieser Seite entweder auf ein sexuelles Angebot locken oder, was auch sehr oft der Fall ist, diese Seite beinhaltet eine vorgetäuschte sexuelle Seite, die euch zu irgendwelchen Aktionen animieren sollt. Ihr solltet vielleicht irgendwelche Abos abschließen oder ähnliches. Und das ist dann nichts anderes als eine Art Phishing-Seite, die dann eigentlich nur ein Ziel hat, eure Bankdaten auszuspähen, eure Passwörter auszuspähen oder ähnliches. Deswegen geht hier bitte auf keinen Fall draufklickt auf diese Links nicht. Wenn euch das permanent passiert und ihr permanent hier diesen Spam bekommt, geht ihr bitte folgendermaßen vor. Ihr geht wieder zurück zu eurem Video und ihr habt nun hier euren Spammer. Hier könnt ihr auf verschiedene Arten und Weisen gegen vorgehen. Ihr klickt hier auf diese drei Punkte und könnt den Kommentar hier natürlich erst mal melden. Hier wählt ihr den dementsprechenden Punkt aus. Ich mache es euch einfach mal vor. Wir klicken auf melden und klicken hier auf unerwünschte Werbung oder Spam. Eine weitere Methode wäre dann natürlich auch nach dem Melden, den Nutzer auf den Kanal auszublenden. Ich habe auch festgestellt, dass das leider nichts bringt, weil diese Nutzer sofort neue Kanäle erstellen und auf euren Videos weiter spammen. Eine bessere Methode wäre es hier, den Kanal direkt zu melden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte euch mal einige zeigen. Wir klicken auf das Kanal-Icon, kommen auf den Kanal und sehen eigentlich schon, dass hier dieser Kanal sehr anzügliche Kanalbilder hat. Hier können wir verschiedene Punkte des Kanales melden. Wir klicken hier auf den Punkt Kanal-Info und klicken hier auf dieses kleine Flacken-Symbol. Hier können wir dann dementsprechend diverse Dinge am Kanal melden, zum Beispiel das Kanalbild. Also ich würde mal sagen, das kann man hier auf jeden Fall melden. Das Profilbild kann man hier auch auf jeden Fall melden und man kann auch den Nutzer melden. Wenn ihr diese Meldung abschickt, könnt ihr eventuell auch einen kleinen Text dazu schreiben. Schreibt bitte etwas dazu. Was auch sehr hilfreich ist, ist das Melden im YouTube-Forum. Hier werden diese Meldungen dann dementsprechend von oder an Fachmitarbeiter weitergeleitet, die hier nochmal etwas tiefer eingreifen können. Das könnte vielleicht auch hilfreich für YouTube sein, um eventuell den Prozess zu verstehen, wo diese User herkommen und vielleicht auch gleichmäßig wiederkehrende Segmente bei diesen Usern erkennen, sodass diese User vielleicht schon beim Erstellen der Kanäle gesperrt werden können. Wie gehen wir hierzu vor? Wir öffnen hier einfach das YouTube-Forum. Dieses findet ihr hier oben unter diesem Link oder einfach, wenn ihr YouTube-Forum in der Google-Suche sucht. Hier können wir nun Hilfe eingeben. Gebt einfach hier oben mal eine Frage ein. Ich möchte jetzt einfach diese Frage hier eingeben und klicke auf Suchen. Wir sehen, die Suche hat jetzt keine Hilfe ergeben, also möchten wir im Forum posten. Klicken hier auf Im Hilfe-Forum posten und klickt hier auf den Punkt Frage posten. Hier kommen wir in ein weiteres Formular. Ihr schreibt jetzt hier eine so präzise wie mögliche Erklärung. Teilt bitte auch die Links zu den Kanälen, die hier gemeldet werden sollen. Und wir wählen hier unten eine Kategorie aus. Ich habe mich für Richtlinien und Community-Richtlinien entschieden. Wir klicken hier auf Weiter und wir klicken hier einfach mal auf eine passende Kategorie. Was ihr hier auswählt, das könnt ihr auch mal selber ein bisschen entscheiden. Wählt halt was Passendes aus. Dann kommen natürlich noch einige obligatorische Fragen zu dem Post. Beantwortet diese bitte auch korrekt und veröffentlicht diesen Post. Jetzt wartet ihr einfach ab und hier kann dann eventuell YouTube auch nochmal diese Posts aufgreifen. Diese können eskaliert werden und können dann auch nochmal separat bearbeitet werden. So kriegen wir vielleicht diesen Spam früher oder später mal in den Griff. Und ihr könnt somit dann dementsprechend auch eure Kanäle schützen. Das Einzige, was hier wirklich hilft, ist, dass ihr eure Kanäle im Auge behaltet. Lest immer eure Kommentare, überfliegt sie zumindest. Und wenn ihr dementsprechend auffällige Posts seht, markiert sie, meldet sie und blockiert diese Kanäle auf eurem Kanal, sodass diese nicht mehr unter euren Videos posten können. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mal einen hilfreichen Tipp geben. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.